Ellermanns Morning Show präsentiert von Logopack. Führend in RFID- und Strichcode-Technik. Good morning, good morning. We've talked the whole night through. Good morning, good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning, good morning to you. Good morning und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ellermanns Morning Show. Und ich hoffe, Sie haben wunderbar geschlafen und freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute Morgen 8.30 Uhr sich den Wecker gestellt haben im DSF natürlich hier Ellermanns Morning Show. Und ich möchte heute ein bisschen mit Ihnen solomäßig frühstücken, denn wir haben ein großes, großes Ereignis, was wir Ihnen heute vorstellen möchten. Und Sie sollten sich unbedingt Papier und Bleistift zurechtlegen, denn Sie können heute wahnsinnig viel Geld sparen, wenn Sie dort mitmachen wollen. Denn wir haben ein Event, was wir viele, viele Jahre auf der Horner Rennbahn für Sie in Hamburg hornen, wo die Pferdchen so ein bisschen traben. Dort haben wir immer ein Superfest der Uldi und Schlagerstars und Countrystars gehabt. Und das lassen wir neu aufleben in diesem Jahr am 18. und 19.05. Und Sie sollten unbedingt dabei sein. Wir werden Ihnen schon mal musikalische Gäste gleich zeigen. Also eine ganze Menge an Gäste werden wir Ihnen hier zeigen. Und aus den vergangenen Jahren zeigen wir Ihnen auch musikalische Bilder. Also eine musikalische Sendung heute hier im DSF unbedingt sich Papier und Bleistift zurechtlegen. Denn das bräuchten Sie auch für unsere nächste Frage, denn ich bin ja heute Morgen hier alleine, bin ein armes Würstchen. Und beim Thema zu bleiben, habe ich mir natürlich hier die Böklunder Zange zurechtgelegt. Und diese Zange, die werde ich jetzt nutzen, denn wir haben hier wunderschön heiße Würstchen. Heiße Würstchen. Die sind so richtig, sie duften herrlich, sie sind so richtig lecker. Ja, und dieses Böklunder Würstchen verspeise ich jetzt, also ein bisschen rustikalerisch Frühstück heute Morgen hier. Und die sind richtig knackig. Und hören Sie doch mal, wie knackig die sind. Die sind so richtig knackig und sollten Sie auch mal probieren, die Böklunder. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Jetzt erst mal ein paar Bilder von der Horner Rennbahn. Bitteschön. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ja, das waren sie, unsere Bilder von der Horner Rennbahn. Und in diesem Jahr feiern wir am 19.05. und am 18.05. am Freitagabend gibt es schon ein Vorkonzert mit vielen, vielen Gästen. So wird unter anderem die Gumbey Dance Band dabei sein, Oliver Band und seine großen Hits, Some of Jamaica und natürlich Seven Tears und viele Hits mehr hat er im Gepäck. Zwei Schoko Girls werden ihn unterstützen. Die Gumbey Dance Band in diesem Jahr im Mai, am 18. und 19. Mai in Hamburg dabei. Wir werden Graham Bonny zu Gast haben. Graham Bonny, der Mann mit den großen Hits aus den 60ern mit Wähle, Dry, Dry, Dry und viele Hits mehr, die er im Gepäck hat. Also unbedingt dabei sein, wenn Graham auf der Bühne wirbelt. Der englische Wirbelwind schlechthin. Michael, aha, singt unser Bata Illich. Bata wird mit dabei sein. Nicht nur in Bata Qualität, sondern bei uns auf der Bühne kräftig für Stimmung sorgen. Er hat noch Sand in den Schuhen aus Hawaii. Also unbedingt mit dabei sein. Bata Illich. Die Gebrüder Blattschows kommen aus Berlin. Seinerzeit haben sie ja die großen Erfolge gehabt mit ihren Hits. Kreuzberger Nächte sind lang und dann werden sie vielleicht erleben, Hamburger Nächte sind lang. Sie können aber jetzt Geld sparen. Und zwar genauer gesagt können sie Geld sparen. Unser Partner Böglunder mit dem knackigen Würstchen hier hat es ermöglicht, dass sie heute etwas Geld sparen können. Genauer gesagt 15 Euro können sie sparen, indem sie jetzt ihren Telefonhörer nehmen und sich eine Telefonnummer notieren. Und zwar die Hamburger Nummer 728 17 00. Noch einmal 728 17 00, 040 vorweg. Und dann anrufen und schnell Karten ordern. Nur heute Vormittag bekommen sie die Karten bis 10 Uhr bestellt. Also bis 10 Uhr, falls sie nicht gleich durchkommen und besetzt ist, rufen sie später wieder an. Da gibt es die Karten statt 30 Euro nur 15 Euro. Sie haben richtig gehört, statt 30 Euro nur 15 Euro. 040 für Hamburg 728 17 00. Es gibt die Karten, wie gesagt, die Wochenendkarte Freitag und Samstag, beide Tage gültig fürs ganze Wochenende. Offiziell kostet sie 30 Euro, heute nur 15 Euro. Wenn Sie anrufen, bestellen Sie sie per Telefon. Sie wird Ihnen dann zugeschickt, die Karte. Machen Sie eine Reise nach Hamburg am 18. und 19.05. Und kommen Sie nach Hamburg und feiern Sie mit uns das Superfest der Schlager und Oldie-Stars auf der Horner Rennbahn. Nach zweijähriger Pause legen wir kräftig los. Außerdem wird es sicherlich einen Dittmarscher Pilsener geben auf dem wunderschönen Event. Ich habe mir auch schon eins eingeschenkt, unser Partner der Sendung. Das wissen Sie ja alle. Da sagen wir auch mal kräftig Prost mit Dittmarscher Pilsener. Das schmeckt so richtig gut, das Bier aus Mahne. Aber vorher zeige ich Ihnen schon mal die Eindrücke und esse ein schönes Bürglunder Würstchen, das Würstchen vom Lande und trinke ein schönes Bier. Hier sind noch mal weitere Bilder von der Horner Rennbahn, wie es vor zwei Jahren aussah. Kommen Sie doch nach Hamburg 728 17 00. Und sparen Sie statt 30 Euro 15 Euro jetzt anrufen. Prost! 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 Ja, das waren wieder tolle Bilder vom Superfest der Schlager und Oldiestars. Am 18. und 19. feiern wir ja mit Graham Bonny, mit Barta Illich, mit Gebrüder Blattschuss, Peter Kent, mit dem NDW-Duo Paso Doble, Fräulein Menke, Uli Martin, Barta Illich, wird die Micaela zum Besten geben. Ja, seien Sie dabei. Ich moderiere zwei Tage für Sie und Sie können nach wie vor anrufen unter Hamburg 040 728 17 00. Besuchen Sie uns aus Norddeutschland, kommen Sie vielleicht aus Leipzig nach Hamburg und übernachten Sie hier und feiern Sie mit uns das Event auf der Horner Rennbahn. Sie kennen es ja sicherlich aus dem Fernsehen, wo sonst die großen Derbys stattfinden, auch im Sommer wieder. Dort sind wir vorher auf der großen Haupttribüne. Sie sind voll überdacht und Sie können da richtig schön mit uns feiern. Und es wird auch ein schönes Würstchen geben. Dieses Böglunder, was ich hier habe, was so richtig knackig ist, beißt gleich nochmal rein. Das wird es dann auch zu essen geben und das sollten Sie vielleicht auch zu Hause haben, denn Böglunder ist ja eine Firma, die bei Aldi Süd und bei Aldi Nord mit einigen Produkten dabei ist. Aber die Würstchen, die gibt es exklusiv überall bei jedem guten Lebensmittelhändler. Und da habe ich jetzt ein paar ausgesucht und die möchte ich Ihnen doch einmal vorstellen, damit Sie dieses Würstchen auch einmal kennenlernen. Erst einmal unsere Frage vorweg, die lautet nämlich, Böglunder, das Würstchen vom Lande, aus welchem Bundesland kommt Böglunder? Ist es 01 Bayern oder ist es 02 Schleswig-Holstein? Wählen Sie 013 78 66 67 plus die 01 oder die 02. Es gibt zum Beispiel das Premium Würstchen, eine spezielle Rezeptur. Premium Geflügelwürstchen, 97 Kalorien nur pro Würstchen. Dieses Produkt wurde übrigens vom Öko-Test mit sehr gut beurteilt. Dann gibt es Rank und Schlank. Das kann man nämlich, glaube ich, auch bei mir gut anwenden. Man darf bloß nicht zu viel Rank und Schlank essen. Rank und Schlank, 30 Prozent weniger Fett als herkömmliche Würstchen für eine gesundheitsbewusste, moderne Ernährung. Ist Rank und Schlank das richtige Produkt für Sie, für Ihren Mittags- oder Abendbrotstisch? Echte Landbockwurst vom Öko-Test mit einem sehr gut beurteilt. Die haben wir auch hier für Sie. Also die echte Landbockwurst vom Öko-Test mit sehr gut beurteilt. Auch die stammt von Böglunder. Es gibt noch zwei Bratwurst-Sorten aus dem Lande Böglund und aus dem Böglunder-Sortiment. Ebenfalls im Öko-Test mit sehr, sehr gut beurteilt. Also Böglunder hat es richtig in sich und Sie sollten unbedingt mal bei Ihrem Lebensmittelhändler vorbeischauen. Auch bei Aldi Süd und Aldi Nord gibt es Böglunder, wo Sie halt eben die Produkte bekommen. Sie sind unwahrscheinlich knackig. Ich mache mir mal ein bisschen Senf hier auf meinen Böglunder-Teller und werde jetzt für Sie noch einmal den Knack-Test machen, den ich demnächst auch mit Fräulein Menke hier in der Sendung morgens zelebriere. Und jetzt machen wir den Knack-Test. Aber dann zeigen wir Ihnen nochmal musikalische Bilder von der Horner Rennbahn, denn Sie können noch anrufen und mitfeiern unter 040 728 1700. Statt 30 Euro nur 15 Euro, rufen Sie an und feiern Sie mit Graham Bonny, mit der Gumby Dancepin, mit Barta Ilic und vielen mehr auf der Horner Rennbahn. Und hier sagt für Sie kein alter Knacker mit Böglunder einmal den Knack-Test. Hören Sie mal und schauen Sie unsere Bilder. Country ist, country bleibt immer Nummer eins. Country Music wird es immer wieder geben. Country ist, country bleibt immer Nummer eins. Wir haben Bock auf Rock und auf Hilly-Billy und wir feiern zusammen mit den ganzen Fans. Trucker Show, Cowboy Go, Country Lily und wir sind on the road immer mit den Bands. Von den Rocky-Mans kommen wir. Ja, das waren unsere Bilder vor zwei Jahren. Da war ja richtig tolle Stimmung auf der Horner Rennbahn und ich hoffe, Sie feiern auch wieder kräftig in diesem Jahr mit. Und wir möchten Sie herzlich einladen. Ich möchte Sie einladen, am 18. und 19. in Hamburg auf der Horner Rennbahn dabei zu sein. Ein Freitagabend schon mal drei, vier Stunden Programm für Sie mit tollen Gästen und auch am Sonner Band dann ein richtig tolles Programm mit tollen Gästen. Wie zum Beispiel die Gumbe Dance Band, wie Graham Bonny, wie Barta Illich, Gebrüder Blattschuss, Peter Kent, die NDW Stars, Paso, Doble, das Duo und Fräulein Menke, Uli Martin. Mich erleben Sie auf der Bühne gesanglich natürlich auch und wir haben tolle, tolle Gäste für Sie eingeladen. Und jetzt können Sie Geld sparen, statt nur 30 Euro jetzt die Karte für 15 Euro, die Wochenendkarte für beide Tage zulässig. Das ist ein Wahnsinnspreis und das haben wir gesponsert bekommen hier von unseren Partnern, dass Sie das ermöglicht bekommen. Bis 10 Uhr können Sie anrufen und können dieses einmalige Angebot annehmen. Statt 30 Euro nur 15 Euro. Rufen Sie bitte jetzt an 040 728 17 00. Und wenn Sie nicht durchkommen sollten, versuchen Sie später noch einmal. Geben Sie Ihre Adresse an und wir schicken Ihnen die Karten zu. Statt 30 Euro nur 15 Euro. 040 für Hamburg 728 17 00. Wir bleiben nochmal bei Böglunder. Unsere Produkte sehen Sie. Ich knacke immer noch mit den Böglunder Würstchen und die schmecken wirklich so toll, dass ich mir nochmal ein Klapper, ein zweites Würstchen auffülle. Was wir jetzt hier bekommen, sehen Sie, das fülle ich mir auf und das esse ich jetzt auch nochmal kräftig für Sie. Denn Böglunder hat ja wirklich tolle Produkte. Und ein Sortiment von Böglunder, zwar nicht im Würstchenbereich, aber so im Wurstwarenbereich, finden Sie auch bei Aldi Nord und bei Aldi Süd. Also auch da mal vorbeischauen. Bei allen großen Lebensmittelketten ist Böglunder mit den frischen Würstchen zu Hause. Und hören Sie mal, die knacken so richtig toll. Das hört man hier, also knackige Würstchen von Böglunder. Genau. Und dafür möchte ich Ihnen natürlich unsere Frage noch einmal geben. Aus welchem Bundesland kommt eigentlich Böglunder? 0,1 aus Bayern oder 0,2 aus Schleswig-Holstein? 0,1, 3, 7, 8, 66, 67 plus die 0,1 oder die 0,2. Für 0,1, wenn Sie der Meinung sind, Böglund liegt ja in Bayern, dann wählen Sie 0,1, 3, 7, 8, 66, 67 plus die 0,1. Wenn Sie der Meinung sind, es liegt in Schleswig-Holstein, dann wählen Sie die 0,2 hintendran. 0,1, 3, 7, 8, 66, 67 plus die Endziffern. Das war es schon wieder bei uns. Ich esse ein Würstchen, trinke ein Bier und wünsche Ihnen einen sonnigen Sonnabend. Bis nächste Woche. Ihr Andreas Ellermann. Good morning, good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning, good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say good night. So good morning, good morning. Some people still smile through. Good morning. Ellermanns Morning Show wurde präsentiert von Logopack. Führend in RFID- und Strichcode-Technik.